Der Papst Franziskus hat in Ungarn an diesem Freitag zum Wiederaufbau des Heiligen Römischen Reiches aufgerufen. In Ungarn sagte er, Europa ist von entscheidender Bedeutung, weil es das Gedächtnis der Menschheit repräsentiert und es muss seine Rolle wahrnehmen, um die weit voneinander entfernten Völker zu vereinen. Er rief Europa in einem dramatischen Appell dazu auf, zu seinen Wurzeln zurückzukehren, um Einheit und Frieden zu schaffen. Er rief die europäischen Nationen insbesondere dazu auf, sich politisch und religiös zu vereinen. Er wandte sich direkt an die europäischen Nationen und zitierte die Erklärung von Robert Schumann, einem der Gründerväter Europas aus dem Jahr 1950, und rief zur Wiederbelebung dieses europäischen Einheitsgeistes auf. Er sagt das folgende, Es ist von entscheidender Bedeutung, den europäischen Geist wiederzuerlangen, die Begeisterung und die Vision seiner Gründer. Die Staatsmänner waren, die in der Lage waren, über ihre eigene Zeit, über nationale Grenzen und unmittelbare Bedürfnisse hinauszublicken und Formen der Diplomatie zu entwickeln, die in der Lage sind, die Einheit voranzutreiben und nicht die Spaltung zu verschärfen. Mit Bezug auf den heiligen Stephanus, den ersten König von Ungarn, stellte Franziskus fest, dass er zu einer Zeit lebte, in der die Christen in Europa in voller Gemeinschaft waren. In ähnlicher Weise, so der Papst, müssen sich die christlichen Kirchen Europas heute vereinen. Dazu sagte das folgende, Zitat, Herbert W. Armstrong hat die Europäische Vereinigung genau beobachtet und erkannt, dass es sich um eine Wiederauferstehung des Heiligen Römischen Reiches handelt. In unserer Broschüre, Er hatte Recht erklärt, spricht Offenbarung 17 von der Einigung Europas in der Tradition des Heiligen Römischen Reiches. Außerdem wird in Jesaja 47 prophezeit, dass die europäischen Kirchen sich vereinen werden. Die Vereinigung von Europas Nationen sowie die Vereinigung von europäischen christlichen Kirchen wurde prophezeit. Und der verstorbene Herbert W. Armstrong stellte fest, dass beides durch den Vatikan verursacht werden würde. Er sagte das folgende, Zitat, Es gibt nur einen Weg, wie dieses wiederauferstehende Heilige Römische Reich verwirklicht werden kann, durch die guten Dienste des Vatikans, der Kirche und Staat wieder vereint. Mit dem Vatikan ritt links und herrschend. Zitat Ende Beobachten Sie weiterhin, wie der Vatikan auf diese Vereinigung drängt und fordern Sie die kostenlose Broschüre, Er hatte Recht, um zu sehen, wie es prophezeit wurde. Der Papst drängt darauf, dass Europa sich politisch und religiös vereint. Er hofft darauf, dass das Frieden bringen wird. Aber Europas Vereinigung alleine oder sogar Frieden in Europa bedeutet nicht, dass es Weltfrieden geben wird. Russland wird weiterhin aggressiv handeln, so wie China und der Iran und Nordkorea. Die Vereinigung in Europa kann bestensfalls Frieden in Europa bringen und schlimmstenfalls einen Machtblock herbeiführen, der sich mit diesen anderen Machtblöcken messen wird. Unsere Broschüre, Er hatte Recht, zeigt, wohin diese Ereignisse führen werden, im Lichte der biblischen Prophezeiungen, die die verstorbene Herbert W. Armstrong erläutert hatte. Fragen und Kommentare können Sie gerne an info-at-diepo-saune.de schreiben. Mein Name ist Josef Michels, beobachten Sie weiterhin die Welt, in der wir leben. Bis zum nächsten Mal.